Verbrenn Verbrenn Digger Lagerfeuer Ich singe das Lagerfeuer Lied Alter wie der nicht verreckt man der schluck dir wie die größte Nutte Jo leute was geht es geht wieder am start mit Ein Die hat zum ersten video eigentlich von Brothers and arms 3 Auf jeden fall am anfang hat man es ja nicht wirklich taugt Brothers and arms 3 aber Da tue ich sie jetzt ein Multiplayer Kombination durch die lords morgens schaust man arm Ich spielte die erste runde mit euch Multiplayer spielen Geh mal gas Alter das ist mit Energie Also das ist echt lächerlich Für solche extrem zocker Wie mir zum Beispiel Na Spaß Na weil es nervt echt Jetzt 4 sind weg Kannst 2 mal spülen Weil 2 mal 2 mal 4 ist 8 Und hast da nur 2 blaue Sterne Übrig Bin echt neugierig wie das von Style Was ist da Also das ist so wie bei bwg umdrehen Eine kleine map hast Das da Kannst sie aufmachen Na fortsetzen Ah ok Da aufgedrucken Der ist super Meiner wie ist das dosigst du musst Inzwischen auf Pause drucken Dass das geht Hinten seiner Leider ich bin echt neugierig in den game Einemann Wenn wir das heißt Vor kurzem jetzt auch nicht sagen Ich kann euch nichts versprechen Ja schießt du Spaß Alter wie Danke fürs Paket Ich hat jetzt gequittet Na das nicht Wo sind Wo ist der Spawn Da drüben ist der Spawn Achso das sind Midi Kids Alter wie ich das Wollen spülen kann Alter Das ist Camano Combat Das ist halt Oh mein erster Kill Motherfucker Warte wie der nicht verreckt man Der schluckte wie die größte Nutte Alter Ja Es ist wie so Na kommend 5 aufgebaut Irgendwie Ja da mit einsteigen Du kannst mal lutschen Ich steig da nix ein Jetzt am punkter Auf jeden fall ich bin auch wieder back Von der berufsschule leute Das heißt dass ich jetzt wieder aktiver videos machen kann Ah ok ist dieser fahrzeug Was ist der kapitee Ich hab keine ahnung Leute Sorry bin noch richtiges Noob in a game Ich kenne mich gar nix aus Einfach null Ich spiele es gerade selber erst zum ersten mal Und der Arnold geschluckt wieder wie ein Weltmeister Ihr kennt es noch ab als deal vorbeischauen Ich habe ja mc5 wieder aufgekläut Der was noch nicht gesehen hat Und wer aber Steakclanderbornat kennt Das ist ein Moroncomletclan Wo mehrere deutsche youtuber dabei sind Und da kommen halt immer ab und zu dann Kommentaries Von gewissen youtuber und alles miteinander Also wer den Kanal noch nicht abonniert hat Oder vorbeigeschaut hat Schaut mal vorbei Und ja schaut es euch einfach mal Also das meiner Schaut es einfach mal an Und ja Ah da ist er ja schon Du kleiner Pescher Hast gedacht dass du mir kriegst He Oh das muss sehr belastend für dich sein Dass er nun die weg holt in dem game Das gleiche wenn wir weg holt Aber danke man Du hast mir dein Eis gerettet Du hast mir dein Eis gerettet Aber das ist schon wieder meiner Das passt jetzt aber gell Die schlucken echt viel gleiche wie im black ops 2 Also das ist meiner Das nervt so übel normalerweise müsste man dann die schrift so blau oder wenigstens grün machen Sonst kennt sie kein schwein aus Sonst kennt sie kein schwein aus Geh mal da hinten rum Vielleicht ist es da wer Ja da ist einer Ja der hat da schon viel bessere Kanone man Verbrenn Verbrenn Digga Lagerfeuer Ich singe das Lagerfeuer Lied Jetzt haben wir bei Spongebob genau Aber ja leute ich muss echt sagen so schlecht ist der Modus geworden aber er ist sicher viel Pay2Win schaß das ist auf jeden Fall Aber sicher Das kann man schon vorstellen Ihr werdet den Modus jetzt auch nicht wirklich so aktiv zocken Bis auf wenn ihr sagt sie möchte jetzt mehr von dem sein Dann kann ich mich schon überreden lassen dass ich mehr mache aber Ansonsten mache ich doch nicht wirklich viel Und ich hoffe es hat euch mal gefolgen Jetzt haben wir mal für euch sagen Einblick geben können wie das ausschaut 4KT habe ich gehabt Genau ich kenne 27% das ist gar nicht schlecht Aber ich gehe da jetzt aussehe Und ja schaut auf jeden Fall bei den Stickern vorbei Da sitzt dann nochmal mein Monaco mit 5 Video Und lasst Kommentare und Bewertungen da schauts bei meinem Twitter account vorbei Ist euch in der Videobeschreibung verlinkt Da zeigen wir uns in einem nächsten Video Was ist der Glückwunsch? Ich brauche keine Glückwünsche Ich weiß dass ich der Boss bin Na Spaß Auf jeden Fall lasst Kommentare und Bewertungen da Ich bin raus Leute Ciao Bis zum nächsten Mal Ciao Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal